Um Deine Dualseelenverbindungen zu heilen und in einen wundervollen Zustand zu bringen, darfst Du Bewusstsein darauf schalten. Und wie das funktioniert, das verrate ich Dir heute. Willkommen zu Deinem Dualseelen-Glücksstern-Podcast mit Melanie Bauer. Der Podcast für die Meilensteine auf Deiner Dualseelenreise. Und damit herzlich Willkommen zur 13. Folge des Dualseelen-Glücksstern-Podcasts. Und heute geht es um ein sehr, sehr schönes, magisches und aber auch gleichsam sehr mächtiges Tool, das ich Dir an die Hand geben möchte, auf Deinem Weg Deine Dualseelenverbindungen zu heilen. Wenn Du mich und meine Inhalte schon länger kennst, dann weißt Du ja, es geht mir nicht darum, Dich richtiger zu machen, als Du bist, oder irgendetwas heil zu machen, was in Dir kaputt ist, denn das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck dieses Weges, nach meiner Empfindung und nach meiner Erfahrung. Das A und O, worum es hier geht, ist es, die zwischenmenschliche Verbindung zwischen Dir und Deinem Gegenüber in einen ganz wunderschönen Zustand zu versetzen. Das ist der Grund, warum Du auf dem Weg bist und nicht der Grund, dass Du irgendwie weiser, erleuchteter und heiliger sein möchtest, als Du bist. Denn mal ehrlich, wollen wir nicht alle einfach nur geliebt werden um unserer Selbstwillen, ohne dass wir dafür etwas tun, verändern oder sein müssen, was von uns erwartet wird? Genau darum geht es doch letztendlich. Und deswegen bekommst Du heute von mir ein Tool an die Hand, in dem es nicht darum geht, Dich irgendwie heil zu machen, neu zu lackieren oder Deine Innereien auszutauschen, sondern ein Tool, das sich darum kümmert oder darauf schaut, welchen Zustand Eure zwischenmenschliche Verbindung hat, um die es auf Deinem Wege eigentlich geht. Denn das Zwischenmenschliche, die Energien, die zwischen Euch wirken, Euer Miteinander, Euer Verhalten miteinander und gegenseitig, das ist das, was in etwas ganz Wunderschönes gewandelt werden darf, falls es heute noch nicht schön sein sollte. Und das ist auch das Einzige, worauf ich mich konzentriert habe, auf meinem Dualseelenweg. Und ich wurde mit der Union belohnt. Obwohl Belohnung hier sicher nicht das richtige Wort ist, denn es impliziert, dass ich für meinen Fleiß eine Belohnung bekommen hätte. Das soll damit nicht gesagt werden. Es geht darum, dass ich ein Ergebnis erzielt habe, das ich erzielen wollte. Denn eines darfst Du jetzt schon mal mitnehmen. Denn heute geht es um Bewusstsein. Darum, auf Deine Verbindung Bewusstsein zu schalten, damit Du ihren Zustand wahrnehmen kannst. Denn nur wenn Du das kannst, dann kannst Du auch etwas verändern. Anders geht das nicht. Wenn Du nicht weißt, in welchem Zustand Eure Verbindung ist, dann weißt Du ja auch gar nicht, was es zu ändern gibt, um es schöner zu machen. Und eines darfst Du schon mal mitnehmen. Woran erkennst Du, dass Dein Weg funktioniert? An Deinen Früchten und Ergebnissen. Hast Du in Deinem Leben das, was Du Dir wünschst? Führst Du Dein Traumleben? Stehst Du jeden Morgen auf und bist erstmal gewahr und fasziniert über all die Wunder, die Du Dir kreiert hast? Bleib Dir da Atemstocken, wenn Du einmal einen Rundumblick über Dein Leben gibst und über die Großartigkeit, die Du jeden Tag erleben darfst. Und damit meine ich nicht eine gekünstelte Großartigkeit, wie sie uns Dankbarkeitstagebücher vorgaukeln. Ja, wenn Du hundert Dinge aufschreiben sollst, wofür Du dankbar bist. Ich bin dankbar für den blauen Himmel, für die Heizung an meiner Wand, für das fließende Wasser, für meine Haarfarbe, dafür, dass ich heute Morgen gesund aufgestanden bin. In diese ganzen Sachen, mit denen die Menschen so oft krampfhaft versuchen, sich in ein Bewusstsein der Großartigkeit zu bringen und immer wieder feststellen, dass das gar nicht funktioniert, weil eins hier fehlt, das Attribut Wahrheit. Und in Wahrheit sind wir sehr, sehr oft nicht dankbar dafür, dass das fließend Wasser rauskommt, dass der Himmel draußen blau ist, dass die Bäume grün sind, dass die Vögel singen. Wir sind es einfach faktisch oft nicht oder in der meisten Zeit unseres Lebens nicht, weil es uns nun mal nicht vom Hocker reißt. Und das ist Wahrheit. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das schlecht rede oder so. Die Natur draußen, der Himmel, dein Körper werden nicht schlechter dadurch, dass sie dich heute nicht vom Hocker reißen. Dass dich das jetzt gerade mal eben nicht so begeistert, dass du morgens beim Aufstehen anfängst zu tanzen, weil du draußen bei Minusgraden morgens um sechs Auto kratzen und ins Büro fahren darfst und dann eben mal keinen Blick für den grünen Baum hast, abgesehen davon, dass er gerade nicht grün ist und dass es noch dunkel draußen ist, Marx. Ja, das schnaggelt nicht. Das bringt dich nicht in Vibrationen. Das verleiht dir dieses kribbelige Leben nicht, das du gerne hättest. Das kann also nicht der Weg in die Großartigkeit sein. Wenn ich von Großartigkeit spreche, dann spreche ich von einem echten Staunen, das dir da Atem stockt. Denn die Menschen, denen wir da so gerne folgen wollen mit unseren Dankbarkeitsbüchern, diese großen Weisheitsgurus, glaubst du, die sitzen in einer Stockwohnung im Hochhaus, gucken auf Plattenbauten raus und schreiben da ihr Dankbarkeitstagebuch, dass sie dankbar dafür sind, dass sie zehn Finger haben? Wahrscheinlich nicht. Die waren in der Wüste Gobi, die waren an den Niagara-Fällen, die haben wirklich gigantische Orte bereist, in Tibet, Berge bestiegen, Abgründe gesehen, Tempel besucht. Die haben wirklich Dinge erlebt, die sie zum Kribbeln gebracht haben, die auf den ersten Blick auch erst mal nur die Natur sind, die uns die Erde zu bieten hat. Aber dennoch Orte, die für uns Mitteleuropäer jetzt nicht unbedingt alltäglich sind, die wir in unserem 10-Kilometer-Knast leben. Was ist der 10-Kilometer-Knast? Wohnung, Arbeitsplatz, Supermarkt. An wie vielen anderen Orten hältst du dich denn meistens auf im Laufe deiner Woche? Bist du weiter draußen als der 10-Kilometer-Knast? Naja, und den siehst du halt wirklich jeden Tag. Du bist einfach nicht erstaunt. Es reißt dich nicht von den Socken, wenn du in einen Supermarkt gehst und die vollen Regale siehst. Wenn jetzt ein total verhungertes, armes Kind aus einem Land kommt, was das alles gar nicht kennt, hierher, wo das nicht alltäglich ist und das den Wasserhahn aufdreht und da kommt Wasser raus und das hört überhaupt nicht auf, das geht nicht aus. Das hat Vibration, wenn das das tut. Weil das hat andere Standards, andere Standpunkte und das ist andere Dinge gewöhnt. Das hatte auch ein 10-Kilometer-Knast vorher in seiner Heimat, so wie wir hier auch, der für es nicht interessant ist. Und so geht uns das doch allen. Also lass dir nicht erzählen, dass diese Alltäglichkeiten dich in Vibration versetzen können, nur weil du dein Bewusstsein irgendwie darauf schaltest, ich bin jetzt mal dafür dankbar oder ich tue jetzt mal so, als wäre ich dafür dankbar, damit ich in eine tolle Vibration komme. Wenn ich dich frage, ist dein Leben großartig, dann frage ich dich nach so Dingen wie der Wüste Gobi, wie die Niagara-Fällen, dem Nanga Parwad oder einem tibetischen Tempel. Ja, etwas, das für dich nicht alltäglich ist. Oder tatsächlich mal in Dubai auf einem Tower von der höchsten Etage runter zu gucken. Ja, auch etwas, was wir nicht alltäglich haben. Ja, so Dinge, die dich wirklich in Staunen versetzen, die dich den Atem stocken lassen, wo du denkst, Das ist wirklich gigantisch hier. Boah, hui! Ja, diese Form von Großartigkeit, auf die möchte ich hinaus. Hast du so ein großartiges Leben? Und dabei geht es nicht darum, dass man für ein großartiges Leben immer reisen muss. Für ein großartiges Leben braucht es das, was dich in Staunen versetzt. Und ja, das kann alles sein. Was würde dich in Staunen versetzen? Ja, da ist alles möglich. Da darfst du jetzt Wahrheit draufschalten und da ehrlich zu dir sein. Wie schaltet man Wahrheit? Indem du das Wort Wahrheit vor deine Frage setzt. Wahrheit. Was würde mich jetzt wirklich staunen lassen? Und habe ich das in meinem Leben? Ja oder nein? Und daran erkennst du, ob dein Weg funktioniert. Hast du im Leben das, was du gerne hättest? Oder hast du im Leben das, womit du dich irgendwann mal zufrieden gegeben hast? Oder hast du von allem nur ein bisschen, weil mehr noch nicht drin war? Und kannst du dir vorstellen, dass da auch mehr möglich ist? Das ist übrigens eine ganz wichtige Voraussetzung, dass mehr möglich ist für die Heilung eurer Verbindung. Glaubst du, dass man eure Verbindung heilen kann? Hältst du es für möglich? Und mit heilen meine ich jetzt auch nicht, dass da irgendwas falsch oder kaputt ist, sondern dass es dort eben Störfelder gibt, die dafür sorgen, dass eure Verbindung nicht so ist, wie du es gerne hättest. Und da gibt es Möglichkeiten, das zu verschönern, bis hin zur schönsten Version, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst, mit diesen Menschen. Denn man kann alles auf dieser Welt, auch nachträglich noch, in sein Ideal verwandeln. Das geht immer. Auf meinem Weg hin zu Junien hat mich eine Weisheit sehr, sehr begleitet, die mir auch sehr viele Türen geöffnet hat und die ich immer gerne weitergebe. Wer die Herzen der Menschen gewonnen hat, der braucht sich um die Köpfe nicht zu sorgen. Falls dein Schatz, dein Seelenschatz, dein Liebling irgendwelche Gründe an den Tag legt, warum er mit dir keine Partnerschaft leben will, vielleicht wegen einem Altersunterschied oder weil irgendwie eure Lebensentwürfe nicht zusammenpassen oder weil er gerade aus seinem Leben nicht ausbrechen kann, weil er Verpflichtungen hat. Weißt du, diese Begründungen, das ist alles der Kopf. Das ist alles die Idee vom Kopf, die sagt, ich muss das jetzt aber so machen. Ich bin da ja zu verpflichtet und ich weiß da ja keinen Weg raus. Und diese Weisheit, die war der absolute Hammer. Wer die Herzen der Menschen gewonnen hat, der braucht sich um die Köpfe nicht zu sorgen. Da wusste ich, wenn ich ein Herz gewinne, wenn ich es wirklich gewinne, dann wird der Kopf nicht im Weg stehen. Und so war es letztendlich auch. Und hast du mal dich auf die Energie begeben, das Herz deines Liebsten zu gewinnen? Ich weiß, da liegen jetzt bestimmt ganz, ganz viele Ansichten, von deiner Seite aus drauf. So von wegen, ja, nee, wenn das meine echte Dualseele ist, dann musst du ja mich von ganz alleine lieben. Und wo muss ich mir jetzt Arme und Beine abschneiden, um sein Herz zu gewinnen? Und bin ich denn hier die Eroberin? Eigentlich ist es doch umgekehrt. Und um all diese Dinge geht es hier überhaupt nicht. Wenn du ein Herz gewinnst, dann bist du eins. Du bist eine Einladung für einen ganz, ganz wundervollen, heiligen Raum. Und um diesen heiligen Raum geht es hier heute. Der heilige Raum, was ist das? Das ist etwas, das ein Paar oder eine Paarschaft miteinander kreiert. Ein Paar sind zwei Menschen. Oder mindestens zwei Menschen. Es kann auch eine größere Gruppe geben, die sich einen heiligen Raum erschafft. Wenn man jetzt vielleicht eine Interessengruppe hat, einen Zirkel, eine Community, dann können die natürlich auch alle miteinander, als die Gruppe, die sie sind, einen heiligen Raum miteinander erschaffen. Hier im Podcast geht es jetzt um den heiligen Raum zweier Menschen, und zwar eines Liebespaares. Oder zweier Menschen, die gern ein Liebespaar wären. Oder eben du als diejenige, die gerne mit dem anderen zusammen ein Liebespaar wäre. Und wenn ihr vielleicht sogar schon mal zusammen wart, oder wenn ihr schon mal Paarschaft gelebt habt, ganz egal wie lange, dann habt ihr so einen heiligen Raum kreiert. Den gibt es dann. Den kann man übrigens auch nicht löschen. Der ist da. Das ist wie eine Signatur, die ins Universum geschrieben wurde, wenn ihr schon mal Paarschaft gelebt habt. Auch mit allen deinen Ex-Partnern hast du so einen heiligen Raum. Du kannst natürlich einen heiligen Raum aufgeben und in den Hintergrund treten lassen. Der wird dann auch nichts mehr tun. Der existiert zwar, aber das macht nichts. Wenn du einen Ex-Partner nicht mehr haben möchtest oder das Thema aus deinem Leben erledigt ist, beendet ist, dann schaltet sich der heilige Raum ab, auch wenn der noch da ist. Der ist dann einfach irgendwo leer im Hintergrund und tut nichts mehr. Aber natürlich kannst du ebenso, wenn dir an der Verbindung etwas liegt, den heiligen Raum hegen, pflegen, segnen und mit Energie aufladen. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Das ist nämlich was ganz, ganz Wunderschönes. Und wenn du in die Paarschaft gehst, physisch, dann ist es essentiell, diesen heiligen Raum auch zu pflegen und kraftvoll zu halten und vor allen Dingen sauber zu halten von störenden Energien aus dem Außen. Das kannst du übrigens auch jetzt schon tun. Ich weiß, viele von euch haben ein Thema mit störenden Energien von außen. Seien es jetzt Energien von anderen Partnern oder Partnerinnen oder von Freunden und dem Umfeld, die deinen Weg nicht gutheißen oder nicht verstehen können. Das sind störende Energien von außen. Wenn deine Freunde und deine Lieben dich nicht hundertprozentig so nehmen, wie du bist, weil sie sagen, also das mit deinem Dualseelenquatsch, das sollst du jetzt aber mal dringend loslassen, weil das ja alles Unsinn ist, dann sind das störende Energien. Und ja, wie sehr auch immer du an diesen Menschen vielleicht hängst, du darfst dir dann mal Gedanken machen, ob du in deinem Umfeld vielleicht etwas verändern möchtest, was dir zuträglicher ist. Ich habe damals mein gesamtes Umfeld komplett gewechselt. Ich habe alles Alte hinter mir gelassen und mir ein völlig neues Umfeld kreiert, sodass am Ende nur noch Menschen um mich waren, die positiv für mich waren, was diesen Weg bestimmt hat. Die standen neutral bis positiv zu meiner Geschichte. Aber auf gar keinen Fall irgendwie störend. Es gab keine Störenergien mehr. Und das war essentiell, um so eine Union kreieren zu können. Denn das ist anders nicht möglich. Oder besser gesagt anders, sehr, sehr viel schwerer. Und du würdest dann wieder, wenn ihr in die Union geht, mit Störenergien starten. Und ob du das möchtest, das glaube ich jetzt eher nicht, aber du kannst dich das auch selbst fragen. Die Frage kannst du dir leicht selbst beantworten. Ja, also öffne für dich mal das Energiefeld des heiligen Raumes zwischen dir und deinem Liebsten. Wie kommst du da hin? Schalte Bewusstsein drauf. Das heißt, wenn du jetzt in diesen heiligen Raum hineinfühlen könntest, wie würde dieser sich anfühlen? Stelle einfach die Frage. Damit machst du das Energiefeld schon auf. Fragen machen Energiefelder auf. Wenn ich mich jetzt in diesen heiligen Raum hineinfühlen könnte, wie würde der sich dann anfühlen? Oder angenommen, da wäre ein heiliger Raum, was nehme ich wahr? Wie stelle ich mir den vor? Welches Bild zeigt sich mir da als allererstes? Welche Energien sind hier vorherrschend? Wie fühlt der sich an? Ist der lebendig? Ist der voller Kraft, voller Liebe, voller Power? Strahlt der vielleicht golden, göttlich? Oder ist der eher vielleicht vernachlässigt, schwach, schlafend, abgeschaltet vielleicht sogar? Oder belastet, mit Schmerz, mit Leid, mit Traurigkeit, mit Enttäuschung? Was befindet sich alles in diesem heiligen Raum? Wenn du dich da rein spürst, dann schaltest du Bewusstsein auf den tatsächlichen Zustand eurer Verbindung, auf Wahrheit hier und jetzt. Und diese Wahrheit, die braucht es auf deinem Weg. die ist unerlässlich, die ist unerlässlich, damit du etwas Wunderschönes kreieren kannst. Denn alles andere als Wahrheit ist ja Unstimmigkeit. Und mit Unstimmigkeit kannst du nicht dahin kommen, wo du gerne hin möchtest. Da kommst du immer an irgendetwas Unstimmiges. Ja, und weißt du, wie du den heiligen Raum segnen und mit Kraft erfüllen kannst? In dem du, wenn du dich auf diesen heiligen Raum konzentrierst, die Energie bist, die du gerne hättest. Die Energie bist, die du auch von deinem Schatz gerne hättest. Welche Energie hättest du denn gerne von ihm? Aufmerksamkeit, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Würdigung, Zeit? All diese Dinge? Dann sei für ihn Liebe, Anerkennung, Würdigung, Wertschätzung, Zeit und dergleichen mehr. Sei in dieser Energie und gib die in diesen heiligen Raum hinein. Wenn deine Seite des heiligen Raums vollständig göttlich golden erstrahlt, dann erstrahlt der ganze Raum. Und das wird eine bedeutende Auswirkung auf eure Verbindung haben. Wer weiß, was für Wunder du so kreieren kannst. Es kann gigantisch werden. Ich sag dir das aus Erfahrung, weil ich hab damals den heiligen Raum sehr gepflegt, auch als mein Schatz noch gar nicht in meinem Leben war. Jetzt ist er seit fünf Jahren da. Es war also alles goldrichtig. Das Wortspiel passt hier sehr schön. Ja, und genau so sieht übrigens meine Begleitung für dich aus, wenn du Unterstützung möchtest bei der Heilung eurer Verbindung, dann lade ich dich ganz herzlich in meine neue Facebook-Gruppe ein. Prickelnde Seelenpartnerschaft leben mit der Aura-Feld-Magie. Den Link zur neuen Facebook-Gruppe habe ich dir hier drunter gesetzt, unter den Podcast oder unter das Video, je nachdem, wo du es hörst und siehst. Und also so eine Facebook-Gruppe ist vollständig kostenlos. Da bekommst du Content von mir, Live-Videos, Texte, Anregungen, alles Mögliche. Deswegen hier meine absolute Einladung, weil das ist gigantisch. Diese Gruppe ist ein Ort, der ist ein Paradies. Das Paradies, das dein Leben paradiesisch macht. Ja, und selbstverständlich auch wie immer die Einladung in die Herzens-Akademie. Den Link findest du ebenfalls unter oder über dem Podcast. Dort findest du sehr, sehr viele Tools dieser Art, wie den Heiligen Raum zum Beispiel. Ja, Tools, mit denen du die Verbindung zu deinem Geliebten in das Wundervollste verwandeln kannst, das du dir auf Erden überhaupt nur vorstellen kannst. Deswegen, wenn du ein gigantisch, kraftvoll, wundervolles Leben haben möchtest, das dich in Erstaunen versetzt, dann steh auf und geh dafür. Denn das ist der direkte Weg. Alles Liebe, alles Gute. Alles Liebe, alles Liebe, alles Gute.